Ich halte mich aber, dass ich jetzt nicht so lange hab. Ich bin nicht zu zweifelig, aber ich nicht mehr. Ich schneide mich mal weg. Oder ich geh noch mehr. Ich habe mir das Gefühl, ich muss hier alles braun einsetzen. Ich bin nicht zu zweifelig. Oh, ich bin nicht zu zweifelig. Ich bin nicht zu zweifel. Oh, was denn sie f frightened? Nicht zu zweifelig. Wollen Sie es für uns? Ich kann es nicht zu zweifeln. Das war's für heute. Kommunikations-Array wieder online. Empfang von Nachrichten möglich. Das war's. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Bedienfeld zur Weyler. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich hier den Sozietig gemacht habe. Das war jetzt nur ein kurzes Raten, dass es auch da rein ist. Ende der Schwerelosigkeit. Hey, nicht bei hier oder so? Das war jetzt nicht eben so. Hier spricht die USM Weyler. USG Ishimura, wir haben Ihren Notruf empfangen und senden jetzt auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel 47 an Bord genommen und sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Diese Nachricht wird bis zu Ihrer Antwort alle 30 Sekunden wiederholt. Was? Ist das nicht die Rettungskapsel, die Hammond abgefeuert hat? Einst dieser Viecher war an Bord. Nein. Nein, das darf nicht sein. USM Weyler! Weyler, kommen! Unser Signal ist nicht stark genug. Ich werde jetzt die Drucktüren öffnen, um das Signal zu verstärken. Fehler. Drucktüren sind blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Techniker. Was sind die Kanone? Was sind die Kanone? Das funktioniert nicht. Was sind die Kanone? So, jetzt haben wir wieder einen guten guten ersten Mal. Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir zwei Stücke. Könnten wir alle weg? Luft verbessern. Machen wir das auch mal? Oder... Kapazität. Schaden. Wir haben doch wieder einen Schaden. Der braucht schon Luft. Luft nicht ohne weg. Wir haben noch nicht mehr auf den Weg. Wir würden uns nicht mehr auf den Weg geben. Wir haben noch einen Schaden. Wir haben noch einen Schaden. Wir sind noch einmal auf den Weg. Wir werden es schaden. Also ich habe mich schon ein bisschen krach gemacht. Zumindest ein bisschen so als Ablenkung. Wie sieht das da leider auf das Ding? Und wir suchen unseren Club und unseren Club. Ja, unser Club. Das wird sowas nur in die Hose gehen. Das kann ich jetzt mal sagen. Manuelle Überbruchung initiiert. Das kann ich jetzt mal sagen. Achtung. Höhen Integrität bei unter 50 Prozent. Das kann ich jetzt bewegen. Achtung. Höhen Integrität kritisch. Danke. Ja. Wir sind ja so gut darin. Nämlich gar nicht. Das heißt wir. Ich zumindest. Auf ein neues. Der nächste Versuch. Wir holen uns dann den Energieknoten. Nein. Manuelle Überbrückung initiiert. Wir sind aus. Wir sind in die機ivität. Wir sind aus. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achtung, Höhenintegrität bei unter 50 Prozent. 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 Ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Isaac! Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein RIG-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammonds, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht, zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Vorrechte gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie. Ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehls-Kette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe einen Shuttle auf dem Crew-Deck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Wähler finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, allo. Isaac, wenn es stimmt, was er über das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lass rüber zur Frachtbucht und sie nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Jo, aber das werden wir alle erst am nächsten Mal erluten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich und diese großen Kanonen. Ich werde mich damit niemals anfreunden können. Ja, und wir werden auch am nächsten Mal sehen, wie das andere Schiff denn aussieht. Leider war es ja doch zu spät gewesen, dass wir denen gesagt haben, dass da Viecher in der Kapsel sind. So. Dann werden wir sehen, wie es jetzt, wie das Schiff denn aussieht. Am nächsten Mal und bis dahin, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao.